Musik Hola amigos, willkommen hier im nationalen Fan-Style für Guatemala. In Teil 1 siehst du das Make-up, in Teil 2 nur speziell die Frisur. Und in Teil 3 Accessoires, Outfit und einen ultimativen Video-Tipp. Ja, Venus, pick Yolanda. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Noch sieht man nicht viel, aber das ändere ich jetzt. Ich fange mit der Flagge an, die ich hier auf meine Wange malen werde. Auf der anderen Seite male ich jetzt einen Maya-Tempel. Nun folgt schon der Lieblings-Tipp. Blau auf mein bewegliches Lid, darüber dann weiß. Musik 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 Kleiner Trick mit Lidschatten. Auf den Lippen kann man einen schönen, matten Lippenstift erzielen. Falls man jetzt kein Blau irgendwie in matt hat, kann man das mit einem Lidschatten machen. So schnell ist dein Fan-Make-up schon fertig. Guatemala, was sagst du, gefällt es dir? Wenn es dir gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen da lässt. Hast du auch auf die Frisur geachtet? Ist dir die aufgefallen? Und wenn sie dir aufgefallen ist, gefällt sie dir denn auch? Ja, denn hiernach folgt Teil 2 und in Teil 2 zeige ich dir ganz allein nur den Fan-Hairstyle, wie ich das gemacht habe. Adios! Muah! 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 Muah!